Bei ihm geht eigentlich fast alles auch elektrisch. Er hat einen elektrischen Laden im Klick-Klick-Internet für Haarkosmetikprodukte. Er fährt ein elektrisches Auto und mag elektrisch verstärkte Musik. Mecklenburg-Vorpommern, es ist Mittwochmorgen, kurz nach neun. Dann begrüßen Sie mit einem elektrisierenden Applaus Ihren neuen Hit-Marathon mit Moderator aus Neuzachun. Bis 10 für Sie bei NDR 1 Radio MV. Hier ist Matthias Fenner. Schön, dass Sie da sind, Herr Fenner. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Und Sie sind echt mit dem Elektroauto hier? Ja, klar. Hier haben wir bis hier rüber gerauscht. Strom aufgeladen, dann geht's los. So, dann haben wir erstmal zu arbeiten, denn im Hit-Marathon sind wir schon bei der nächsten Platzierung. Ja, das ist der Platz.